ein besonderes stück aus dem hause squallet eine squallet watch limited edition 183 red carbon 60 atm mit selida sw 200 werk und die uhr kommt in einem schönen schwarz-roten carbon gehäuse findet man noch nicht so oft am markt darum noch etwas besonderes hier aus dem hause squallet mit schönen gestaltenem ziffernblatt und hier ebenfalls mit rot eingefärbter leuchtmasse auf diesem schönen matt schwarzen ziffernblatt in kombination mit diesem tollen strap roter ziernaht verstärkt carbon gehäuse taucherohr im shop von tools4chance